Moin allerseits und willkommen zu Clustertruck. Ich hab hier nämlich nun einen Link gefunden, der zu Reddit führte, wo ich wiederum die Alpha downloaden konnte, die wohl im Sinne eines Speedrun-Contests irgendwie war oder so in der Art. Und ja, ich hab sie mal geladen und werd sie jetzt mal spielen. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob ich jetzt da auch irgendwie das quasi vorhandene Durchkriegen tu oder nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß übrigens nicht, warum die Zeit hier übertragen worden ist. Kein Schimmer, die wurde einfach aus Super-Super-Super-Truck übertragen. Kein Schimmer, warum. Aber naja, ich geh mal rein. Und übrigens, für die Leute, die keine Ahnung haben, was jetzt eigentlich Clustertruck oder Super-Truck ist, der Boden besteht aus Lava und das Einzige, worauf ihr hier stehen könnt, sind die Trucks. Und hier ist übrigens keine Zeitlupe. Hier bewegt sich alles. Shift to... Okay. Ich kann sogar sprinten? Ich kann sprinten. Wo, wo hat... Oh, okay, das geht wirklich schnell. Slow-Motion? Wie, ich hab Slow-Motion? Ach, das ist ja geil. Ich hab quasi die Zeitlupe für mich sogar persönlich. Aber diesmal in der Form, dass ich sie selbst steuern kann. Und ich permanent anhabe. Bewegt sich die... Okay, übrigens schön bunt. Und da andere Musik. Ich seh nix. Ich seh nix. Was? Hallo? Ich werd hier voll aufgehalten. Äh. 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 Au. Ich war wohl nix. Äh. Sag mal, wo bin ich denn da gerade gelandet? Kann ich hier auch auf den Felsen herumsp... Oh, ey, 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 ey. Schnell nach vorne, schnell nach vorne, schnell nach vorne, schnell nach vorne, schnell nach vorne. Äh, äh, äh. Goal. Goal. Äh, warum mach ich die Zeitlupe an? Egal. Die bewegen sich aber jetzt nicht, oder? Nee, aber die ganzen Trucks natürlich. Oh, Mann, ihr habt immer noch kein Fahren gelernt. Gehen die Dinger hier kaputt? Oh. Yo. Das ist schon krass, wie solche riesen Felsen einfach kaputt gehen können durch so'n kleinen Truck. Euch kenn ich. Euch komischen Windmüll kenn ich. Und da springe ich erstmal schön daneben. Weil ich's ja kann. Wenn ich eins kann, dann ist es natürlich daneben springen. Weil, warum? Aua. Ja, nein. Was? Super. Hat die olle Windmülle hier mir halt... ...mein Truck weggenommen? Ich wollte doch nur nach Hause fahren. Ich hab zwar den absolut beschwissensten Weg genommen, um nach Hause zu kommen. Aber irgendwie funktionierts ja. Äh. Kommen da vorne Trucks auf mich zu? Was machst du? Jo, da kommen Trucks. Warum springe ich so voll daneben? Ja, geil. War das so intelligent überhaupt, auf den drauf zu springen? Ich weiß es nicht, weil der wird bestimmt gleich wieder umkippen, oder? Oder gegen den da knallen. Auch gut. Ja, super. Und ich nehm... Und ich nehm ausgerechnet natürlich den Truck, der mal irgendwie in den Felsen da knallt. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen, ne? Oh, hi. Oh, hi. 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 Da bleiben... Nein! Nein! Wer ist gegen... Wer von euch ist gegen den einen da gefahren, hä? Der lag doch schon auf dem Rücken! Sag mal. Nein, 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 nein! Ich will oben bleiben! Ich will oben bleiben! Ich will oben bleiben! Ich seh nix! Ich seh nix! Was passiert hier? Oh, ja. Jetzt weiß ich, was passiert ist. Ne, ne, ne? Oh, ich bin draufgekommen. Jetzt kipp ja nicht um, ja? Fahr einfach weiter. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist... Oh, das ist aber... Na, komm, komm. Ho! Das war jetzt aber easy. Jetzt kipp ja nicht um. Also, wenn du auf einmal umkippen tust, ne? Dann weiß ich auch nicht, was du bist. Äh, was ist das denn da vorne? Oh, ne, 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 nein! Das soll mich hier schon voll aufhalten! Wobei... Warte mal. Warte mal. Ich... Ja, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte! Warte mal, geht das? Einfach hier... Schön... ...bunden... ...auf dem Motorhaube. Oh, yo. Äh. Okay, soviel zu dem Thema. Aber funktioniert hätte es! Allerdings muss ich wohl irgendwie nach hinten laufen, so ein bisschen. Damit ich etwas sicherer bin. Na? Kipp jetzt ja nicht um! Oder fahr gegen irgendeinen Truck oder gegen einen Baum oder... Sag mal, du hattest nur einen Job zu erledigen, geradeaus zu fahren und selbst das kriegst du nicht hin. Aber Hauptsache, du kriegst den Bogen in den Goal rein, ne? Nein, nicht nach links fahren. Hau doch mal ab, du Fettsack da! Ja, richtig, richtig. Und jetzt schön geradeaus fahren. Geradeaus fahren. Geradeaus fahren. Nicht das machen, was der Typ da gemacht hat. Einfach nur... Oh, da ist Stau. Ähm, ja? Oh nein, und dann kurz von Ziel. Nein, mein, mein Taxi ist weg. Wehe, das war jetzt genau der Truck, auf dem ich war. Da hätte ich einfach sitzen bleiben können. Mann, ey. Weißt du, da sitzt ich schon in erster Reihe und dann sowas. Nette Musik übrigens. Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß jetzt gar nicht. Achso, ich war schon im Ziel. Ich kenne nicht mehr mehr. Was ist das da vorne? Ach, der Boden bewegt sich. Okay. Oh nein, 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 nein. Ich will auf den hier. Oh. Oh, 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 oh. Au. Ich glaube, das war ein bisschen... Okay, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Vielleicht auf den hier drauf. Äh, auf den hier lieber. Oh, nicht an der Seite. Okay, da ist auch gut. Fahr jetzt einfach rein. Geht doch. Äh. Ah, da sind wieder die Zensurbalken. Was ist dieselbe Map? Nee, oder? Ach, doch, quasi mehr oder weniger dieselbe Map, nur halt in anderer Farbe. Naja, andere Farbe. Das einzige, was anders ist, ist irgendwie... Oh. Oh. Oh, super. Da springe ich daneben. Ich wollte auch nach hinten gucken. Ich wollte nach hinten gucken. Ich will wissen, wie das da hinten aussieht. Oh, sieht so ähnlich aus, wie... Weißt du, Byte-Truck? Wo bin ich hier? Wo? Der knallt direkt auf mich drauf. Äh, nein, nein, Felsen, 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 Felsen. Ich will, äh... Super, ich war noch nicht mal auf den drauf. Ach, stimmt ja, ich hab ja auch die Zeitlupe. Hab' nicht mehr dran gedacht. Yay! Wow. Ey, 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 hau ab. Ich hab ge... Was? Wieso? Ach so. Frühlingsrolle. Der hat sich mal schön auf den Rücken gelegt. Tja, schöne Zeitlupe hier wieder. Das sieht doch ganz nice aus. Oh, hi. Da fliegt wieder ein Anhänger. Nö. Felsen, mach Platz. Ich will durch. Ich... Ich seh nix. Ich seh nix. Oh, ich bin hier schon unten. Explitieren die Karren hier eigentlich auch? Ich weiß es nicht. Äh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Fahr einfach weiter, fahr einfach weiter. Ich seh absolut gar nichts, aber irgendwas passiert hier. Äh. Äh. Och, ne. Okay, das ist ein und dieselbe Map. Ja, oder kenne ich hundertprozentig wahrscheinlich, aber... Es ist dieselbe Map. Und da habe ich ja auch schon einige Male versagt. Du kannst nicht fahren. Und ich kann nix... Ja, ich kann auch... Was war da denn hier? Wie ich das hinkriege, zwischen zwei LKWs runterzufallen. Aber das war nicht gut. Äh. Äh. Hä? Nein, 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 nein. Ja, nein, ja, 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 nein. Was? Wo bin ich hier? Nein! Ja, der kippt um. Bin ich hier richtig? Oh, nein, nein, nein. Nicht richtig. Ja, na, ja, na, ja, da. Nice, salto. Fahr einfach weiter. Fahr durch den Felsen. Mach einen Durchbruch. Ja, 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 da. Ja. Alter, das war sogar der letzte Fahr einfach weiter Ich will hier keinen Parkschein haben Äh, und nu? Oh, da durchspringen, okay Oh, was? Bleib schimp, bleib schimp, bleib schimp Okay, mit der Zeitlupe komme ich auch nicht hin Vielleicht lieber den nach vorne nehmen, der ist Wahrscheinlich sicher oder Besser? Ich habe keine Ahnung Und nu? Ach du Scheiße Nein, oh Und dann war ich da Au, dann war ich da so kurz vorm Ziel Aber habe ich den da gerade fast umgetreten oder was? Ähm Ne, ne, ja, 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 ja Geht doch Easy Ich bin Meister Meister im Oh, Laser Geil Warum nicht Laser einbauen? Warum nicht? So ein Spiel braucht auch Laser Ohne Laser wäre es nicht perfekt Nö Das ist so toll, wenn die ganzen Karren hier so durch die Gegend fahren Als wären sie bekloppt bis zum Geld nicht Mö Und man quasi immer weniger Boden hat Aber das ging eigentlich noch ganz gut What the fuck What the fuck Nee, was? Alter, das werde ich doch nie und nimmer hinkriegen Alter, das werde ich nie und nimmer hinkriegen Ich bin denkt, dass die ganzen Karren So durch die Gegend fahren Nein, oh Ich glaube, der Laser, der da vor mir gewesen wäre, hätte mich erwischt Voller Spielsruttel auch hier Hier quasi die Zeitlupe zu benutzen, wäre wahrscheinlich nicht allzu schlecht Ja, jetzt kommen mir auch noch welche entgegen Ja, wie geil ist das denn? Fuck, da hat mich einer erwischt Das war aber auch gerade richtig übel da vorne Da kamen so zig solcher Linien Ineinander Nee, nicht ineinander, gleichzeitig Das meine ich eigentlich Nein, nein Och, klar Nein, nein Mäh Kann man die Map hier überhaupt schaffen? Ja, wobei, muss man ja Oder? Fahr einfach weiter Fahr einfach weiter Fahr einfach weiter Fahr einfach weiter Weißt du, was er für Schiss ist? Ich habe hier gerade keine Möglichkeit auszufeichen Fuck Mann Was? Der hat mich erwischt? Okay Oh Ich bin durch Und wo sind die ganzen Autos, die entgegengefahren sind? Du hast da einfach nur einer umgekippt und der hat so ein Chaos Oh, Mann What the fuck Was ist das denn? Ja, und dann springt Und dann fährt die Karre erstmal mal schön dran vorbei Ist Oh, klar Oh, nein Oh, okay Da muss man schön auf Tempo machen Das war aber kein Tempo Das ist ein Tempo, das stuft Oh Oh ja, super Nein, ja Oh Och, Mann Wenn die Karren wenigstens geradeaus fahren würden Hier in dem Moment, ne Aber okay Da wäre es dann irgendwie zu einfach, ne Ja Ja Noch einer Nein, zwei sogar Nein Oh, nein Ja Ging ja noch Oh Das kenne ich ja irgendwie schon, ne Das kennt man ja Ob ich hier genauso wieder versagen werde Oder wieder zu Fleisch verarbeitet werde Au Das war voll der Hammer, Mann Das war voll der Hammer Ja, das war weniger Nein, nein Kipp doch nicht um, du Drecksau Nein, nein 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 Wo bin ich hier? Scheiße Hätte so gut funktionieren können und dann so was hier, ey Lass mich da drauf Lass mich ja Nein Was? Guck mal War das eine Bananenschale oder warum bin ich hier ausgerutscht? Einfach geradeaus, einfach geradeaus fahren, einfach geradeaus fahren Oh yeah, da vorne ist das Ziel Mein Taxi kommt gleich an und ich hab zu wenig Geld dabei Was sind das denn dafür Würste? Achso, die komischen Dinger da Oh, ich mag ich immer noch nicht Oh, ja, nein Boah, Menno Nein, warum spring ich denn? Och, ich Idiot Manchmal weiß ich nicht, was ich machen tue und tu es einfach nur Weißt du, kennst du das? Du machst irgendetwas, weiß, dass das eigentlich schlecht ist, aber du bist so doof und machst es trotzdem Holna die Waldvier, was war das denn jetzt? Halt Oh, oh, oh So knapp So knapp Nein, nein, der erwischt mich, oder? Oh, knapp Oh Echt jetzt? Sag mal, der hat doch nur da geparkt, Mann Nicht mal auf parkende Autos darf man sich hier drauf stellen Ups Ah, hier gibt es ja auch noch Sprint, genau WIE? Ich glaube ich sprint nicht nochmal Neee Den Sprint werde ich nicht nochmal benutzen Oh, warte mal Fuuuuk 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 Heula die Waldfee Schön, dass der Truck da mich schön in der Luft abfängt Das ist geil Das ist weniger geil Das ist Nein, nein Irgendwie kommt mir gerade dieses Bild bekannt vor Ich glaube sogar beim selben Level Pass mal auf, und jetzt werde ich erstmal die nächsten 20 Mal hier verrecken Richtig Na, fahr einfach geradeaus einfach, oh shit Nein, 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 ja, nein Oh Und sind wir eigentlich der Sprint auch in der Luft? Nein Wäre aber auch zu schön gewesen, ne Bye Einfach geradeaus, einfach geradeaus, oder drüber, auch gut Dann nehme ich halt das nächste Hat doch funktioniert denn Luft Nein, warum ich nicht... Ach, ich bin ruhig gewesen Gar nicht bemerkt Das sind die Plattformen Wilder Ja, das waren die Plattform Böse, bitte, bitte Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass die aggressiver sind als... In... Super... Truck Ich bin da vorne Fast Alter, was ein Chaos Wenn... Wenn das alles hier quasi nicht in Zeitdupe ist, dann ist das chaotischer als... 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 Äh... Mit der Zeitdupe, genau Macht halt Sinn irgendwie, ne? Oh, der flog aber ziemlich hoch Oh... Ne? Was? Nein! Ja, nein! Oh... Super! Oh... Hey, komm schon! Ach, Saddam, 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 Saddam! Das ist so chaotisch hier... Ich seh' nicht Wo bin ich hier? Oh, ich bin noch auf und shrug, okay Nein, lass mich... Lass mich... Lass mich, lass mich... Oder... Nein, okay, fahr einfach weiter Fahr einfach... Fahr einfach weiter... Nein! Nein... Hört... Oh, was? Den hätte ich doch erwischen müssen, Meno! Kann ich hier nicht ein Crappling-Hook oder sowas haben? Auf den da drauf, auf den da drauf, auf den da drauf, auf den da drauf, auf den da drauf! Einfach geradeaus, bitte! Mann, wie die springen können! Was? Nein, nein, nein! Und das liebt doch so gut! Die Karre wäre einfach reingefahren, aber wäre sie nicht da gegen den Einer geknallt, dann hätte ich jetzt eigentlich irgendwas. Ich habe das Wort vergessen. Alter, dieses verdammte Chaos hier! Das mag gerade das Spiel ja aus, aber das ist auch gleichzeitig so extrem hektisch hier alles. Oh, 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 oh! Wo bin ich hier? Oh, okay! 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 Nein! Wie viele Level hat eigentlich diese Alpha? Ich weiß es gar nicht! Ungefähr dieselben, oder nicht selben, doch ungefähr dieselbe Anzahl wie in... Super Truck oder vielleicht mehr? Ich weiß es gar nicht! Okay! Okay! Das war geil! Das war geil! Das war geil! Das war weniger geil! Das wäre aber auch zu toll jetzt gewesen, wenn ich... Oh! Wenn ich einfach so jetzt reingeflogen wäre... Wo war ich denn? Sag mal, ich will doch nicht die Fracht hier gewesen sein... Oh, oh! Oder? Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Ja! Nein! Äh, ja toll! Der kippt um und ich habe hier kein Taxi mehr! Super! Jetzt komme ich hier schon wieder nicht hoch! Die Map hier ist irgendwie besser geeignet für... Zeitlupen... Äh, Sachen! Ui... Also, die Waffe irgendwie für mich bei Super Truck einfacher... ...als es hier in dem Fall ist! Warum springe ich so weiß? Nein! Ja! Nein! Oh! Ich hasse das, wenn das irgendwie passiert, dass da so ein Klumpen an Trucks... ...sich da irgendwie sammelt und man dann überhaupt nicht mehr irgendwo vorankommt... ...und dann vor allem die ganzen Trucks, die dahinter sind... ...die sind dann weg! Ah, toll! Man muss sich hier echt irgendwie... ...auf dieses Spiel konzentrieren, weil wenn man gleichzeitig hier reden tut und dann... ...hier spielen will, dann... ...kann man irgendwie nur eins machen! Reden oder spielen! Beides...klappt nicht wirklich! Äh, zumindest bei mir nicht! Jetzt bleibt, jetzt bleibt... Oh nein! Ja! Nein! 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 Oh! Mann! Immer nur so kurz vorm Ziel, weißt du! Ach, Dreck! Das ist mal gut! Jetzt muss ich nur noch da vorbeikommen! Oh! Ja! 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 Nein! Ja! Nein! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Oh! Und jetzt kommt die noch beschissenere Map! Wo alles vorhanden ist! Zum Glück nicht die Laser! Oh, Alter! Wenn diese Map auch noch Laser hätte! Hallo? Was war das denn jetzt? Hallo! Wo war ich denn gerade? Komm auf den da drauf! Nein! 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 Oh! Mist! Ich war nicht so toll! Ich wollte keine Flugstunde haben! Das hier ist ein Spiel über Trucks, nicht über Flugzeuge! Okay! Ähm... Ja! Geil! Ich hab's nicht mal so richtig... Was ist da passiert? Hey! Kick! Äh... Kick doch nicht meine ganzen Trucks durch die... ...ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge... Na komm! Einfach geradeaus! Einfach geradeaus! Oh, der fährt nicht geradeaus! Komm! Komm schon! Ich hätt... Nein! Nein! Den da! Komm! Oh nein! Der Wittung haben wir erwischt! Nein! 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 Ja! 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 Oh, das war schon! 22 Minuten? Habe ich jetzt wirklich nur 22 Minuten benötigt? Das kam mir jetzt gerade echt länger vor! Aber nice! Ich hab's wohl in 22 Minuten und 16 Sekunden hingekriegt! Fett! Nice! Hier gibt's übrigens... ...auf Fähigkeiten! Man kann die Zeit anhalten! Man kann einen Doppelsprung machen! Man kann auch hier in der Luft so'n so'n so'n... ...vorwärtsschub irgendwie noch kriegen! Dann... dann... ...Jetpack und äh... was war das? EGR! Ja! The emergency ground repeller throws the player up in the air when the player touches the ground! It works once per level! Ach so! Okay! Wenn man einmal auf den Boden knallt, äh... wird man in die Luft geschleudert! Da ist ich! Nice! Und da gibt's wohl noch zig andere, was das wohl sein könnten! Ja! Kein Plan! Aber offenbar kann man die sich wohl für irgendwelche Punkte wohl irgendwie freischalten! Und dann wohl sogar aufleveln! Parachuted Fall! Nice! Kriegst du auch noch hier so'n so'n Fallschirm! Und da? Active Jetburst! Okay! Active ist gar nix hier! Da auch nicht! Aha! Active Rewind! Aha! Achso! Ach! Okay! Level 3 von Zeit verlangsamen hat sogar ne Rückspulfunktion! Interessant! Nice! Aber okay! Das sind ja jetzt quasi... Ne? Ist ja hier... Wo stand der jetzt gerade? Ach! Hier steht das ja gar nicht! Ist ja Alpha hier! Also das kann sich alles ändern! Und äh... Vor allen Dingen... Wie weiß... Wer weiß, was da noch für Fähigkeiten hinkommen! Und vor allen Dingen, wer weiß, wie das ja freigeschaltet wird! Weil ich weiß nicht, woher man die Punkte kriegen soll! Vielleicht muss man irgendwie im Spiel irgendwas aufsammeln! Kann ja auch sein! Oder das ist für erledigend von... Level! Naja, keine Ahnung! Aber... Mal schauen, wie es dann irgendwann mal sein wird! Wenn's dann halt auch veröffentlicht wird in seiner Vollversion! Aber bis dahin einfach mal! Ja! Vielen Dank fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Bye Bye!